Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch eine Swatch-Uhr vorstellen, die aus einer Sammlung stammt und daher noch nicht getragen worden ist. Es handelt sich um die Handley Moya. Auffällig ist bereits an der Plastikverpackung hier dieses Muster, was hier oben zu sehen ist. Dann nehmen wir die Uhr mal raus. Die Uhr ist auf jeden Fall sehr bunt. Das sehen wir sowohl am Ziffernblatt als auch hier am schön gestalteten Band. Die Uhr hat sogar noch den Schutz des Displays drauf. Es handelt sich hierbei um eine Plastik-Uhr, wie gut hier am Quarzmovement und an der Batterie zu sehen ist. Und hier das Ganze nochmal in Nahaufnahme. Dem oberen Band steht Talk mit einem Telefon und auf der unteren Bandseite steht Lipstick. Gut, schauen wir uns mal schnell an, wie die Uhr auf meinem Arm hier liegt. So, müssen wir uns jetzt mal vorstellen. Ich kann sie nicht durch die Schlaufen machen, weil es sich ja um ein Sammlerstück gehört. Aber so würde die Uhr auf meinem Arm dann aussehen. Also ich finde die gut. Auch von den Farben mal was komplett anderes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch gerne meine anderen Videobeiträge auf meinem Kanal an. Wir sehen uns. Macht es gut. Bis dann. Ciao.